Viktor Palzon kommt zu Schalke 04, außerdem Florian Flick verlängert seinen Vertrag bis 2023 und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Mein Name ist Kesti und Glück auf! Jo, Viktor Palzon kommt also zu Schalke 04, endlich ist der Transfer durch, es hat jetzt sich circa eine Woche gezogen, bis der tatsächlich auch durch war. Vor einer Woche habe ich schon die ersten Infos bekommen, dass Palzon so gut wie auf Schalke sein soll und jetzt ist es wirklich fix. Schalke 04 hat es bestätigt, der Kicker berichtet über eine Ablösesumme von circa 700.000 Euro. Das ist ein stattlicher Betrag erstmal für den 31-Jährigen, man muss aber dazu wissen, Palzon ist wirklich einer der Leistungsträger bei Darmstadt und hat in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet mit Demetrius Gramozis und auf jeden Fall ein Kandidat, der zum einen sehr, sehr aggressiv ist, sehr, sehr aggressiv spielt, einen aggressiven Spielstil hat und das sieht man anhand dessen, dass er innerhalb von 20 Spielen letzte Saison sieben gelbe Karten bekommen hat. Also wirklich ein ähnlicher Spielertyp, vielleicht noch wie Jermaine Jones, aber auch sehr, sehr zweikampfstark. Wirklich einer, der sich reinwirft, ein richtiger Mentalitätsspieler, der nicht aufgibt und bis zum Ende kämpft. Und ja, deswegen Viktor Palzon mit Sicherheit einer, der Schalke sehr, sehr gut zu Gesicht stehen wird in Zukunft. Jo, und Viktor Palzon ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und so ist es auch Florian Flick. Florian Flick hat ja jetzt in der Vergangenheit die letzten Spiele auch gemacht und ist dort immer als Sechser aufgetreten. Meistens als Sechser hinter zwei Achtern. Und ja, Florian Flick verlängert jetzt auch seinen Vertrag bis 2023. Ja, also er bleibt auch bis dahin. Warum nur so kurz, kann man sich jetzt erstmal die Frage stellen. Gut, Florian Flick ist einer, der kommt jetzt aus der zweiten Mannschaft hoch. Ja, der war vorher bei Waldhof Mannheim, hat dort die lange Jahre gespielt in der Jugend, ist dann gewechselt in die zweite Mannschaft von Schalke. Ist also, ja, kein klassisches Talent. Ist mittlerweile 21 Jahre alt und ja, ein bisschen spät dran, aber ich finde, richtig gut gekommen. Also die letzten Spiele, die er gemacht hat, die haben mich davon überzeugt, dass er wirklich einer für die Zukunft sein kann. Mit einer absoluten Ruhe gespielt, mit einer absoluten Abgeklärtheit. und ja, einer, der auch wirklich gewollt hat, einer, der richtig Bock gehabt hat. Und deswegen Florian Flick bis 2023. Zwei sehr gute Entscheidungen, wie ich finde, für Schalke 04. Dennoch, es bleibt eine Mammutaufgabe, die nächste Transferperiode. Es ist der Wahnsinn, was Schalke 04 da jetzt eine Aufgabe vor der Brust hat. Und als nächstes müssen wir wirklich Spieler verkaufen. Denn, ja, unser Etat muss dieses Jahr von 82 Millionen auf ca. 22 Millionen runtergehen. Und so zumindest berichtet es die Bild-Zeitung. Und das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Ein Großteil ist schon getan, denn 10 Spieler sind schon gegangen. Aber mit Großteil meine ich nicht den größeren Teil, sondern ein Großteil im Sinne von 10 Spieler sind weg. Aber jetzt kommt ein noch größerer Teil auf uns zu. Suat Serdar, Amin Harid. Wir haben, ja, Salif Sané, Matija Nastasic. Wir haben etliche Spieler auf der Payroll, die einfach sehr, sehr teuer sind. Sehr, sehr teuer, zumindest für die 2. Liga viel zu teuer sind. Ja, Benito Raman, auch bei ihm ist längst nicht klar, ob er mit in die 2. Liga-Saison gehen wird. Und Mitte Juli übrigens beginnt auch schon die Vorbereitung der 2. Liga, ja. Wir haben keine lange Sommerpause. Das müssen wir uns auch mal alle vor Augen halten. Die Sommerpause ist extrem kurz. Deswegen auch, weil, naja gut, die 2. Ligen, beziehungsweise die 2. Bundesliga, die ist normalerweise auch nicht großartig beteiligt an Spielern, die ja unbedingt an der EM teilnehmen. Deswegen auch so früh schon der Start. Ja, mitten, ja, also sehr, sehr früh auf jeden Fall. Sehr, sehr früh. Jo, ähm, das war's für heute. Leute, wenn es euch gefallen hat, ich glaube, ich habe Mitte Juli gesagt. Ich meinte Mitte Juni, in 3 Wochen schon. Ja, okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Besucht mich auch auf meinem Twitch-Kanal. Dort bezocke ich regelmäßig Football Manager. Und damit sage ich, haut rein, liebe Grüße. Und wir sehen uns. Ciao. So. Ja. 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 Vielen Dank.